Guten Morgen ihr Lieben! Heute haben wir Montag, den 24.04. Das Wetter ist heute so lala, würde ich sagen, wenn man rausguckt, ein paar blaue Stellen sehe ich am Himmel und ich werde jetzt gleich erst mal mit auch die Haare füllen und mich vielleicht noch ein bisschen schminken, bin noch ungeschminkt und ja, mein Tag, wie sieht der heute aus? Ich werde erst mal jetzt gleich mich fertig machen, dann geht's ab zum Geschäft und ja, mein Fuß geht so heute eigenermaßen, könnte besser werden noch, aber ich denke, wenn ich ihn weiter schone, wird es besser werden. Ja, dann habe ich heute im Geschäft noch einiges vor und zwar muss ich ja nach Geschäftsschluss muss ich noch meine Vorbereitungen weitermachen für die kommende Kunstausstellung in der Sparkasse. Da sind die Bilder, ich weiß zwar schon welche Bilder ich mitnehme, ich muss die aber noch einmal überprüfen, ob alles an den Bildern in Ordnung ist und muss sie auch noch schön einpacken und für den Transport für morgen vorbereiten, damit ich da nicht morgen da noch vorher noch irgendwas zu tun habe. Also das muss ich heute noch erledigen. Ansonsten habe ich eigentlich für heute meinen Fuß zu schonen, nicht ganz so viel zu machen und ja, beziehungsweise ein bisschen machen muss ich ja trotzdem. Das heißt, ich will natürlich eventuell noch die Auftragskarte heute fertig kriegen, die ich noch habe, die Konfirmationskarte und als nächstes muss ich noch, was muss ich denn noch, da war doch noch irgendwas. Ja, irgendwas war da noch, ja. Ja, ich muss noch zur Post heute, muss endlich diesen Brief für die Versicherung wegschicken für mein Handy, dass das auch endlich geregelt ist, weil es macht wirklich keinen Spaß mit diesem Handy zu arbeiten. Wenn das nicht funktioniert richtig und ich nicht angerufen werden kann richtig, mal kann ich abnehmen, mal nicht. Aber das habe ich euch ja schon alles erzählt. Ja, das war jetzt der Plan für heute. Ich schaue mal, wie oft ich euch heute mitnehme. Wie ich euch ja schon in den letzten Vlogs gesagt habe, weiß ich noch nicht, welches Format ich in den nächsten Zeiten mache oder wo die ganze Reise mit diesen Vlogs hingeht. Ich denke mal, ich will einfach mal zwischendurch einfach mal Hallo sagen und entweder es klappt weiter mit diesen Daily Vlogs. Ich versuche es. Wenn es nicht klappt, werde ich natürlich dann lieber dann auf die Weekly Vlogs umsteigen. Weil, ja, es ist irgendwie, das kann man eher realisieren, wenn man auch noch andere Videos macht oder auch noch andere Sachen macht, ist das realistischer. Ja, jetzt werde ich mir erst meine Haare machen. Die sehen so ein bisschen rosig aus. Stimmt, apropos Haare. Ich wollte mir die heute eigentlich färben. Ich hatte ja die Tage bei Rossmann mir die Farbe gekauft. Habe ich euch ja gezeigt. Habe es aber noch nicht benutzt. Das wollte ich heute auch noch machen. Seht ihr? Ja, genau. Das wollte ich machen, damit ich am Mittwoch zur Vernissage auch die Haare schön ordentlich habe. So, dann werde ich mich jetzt erstmal ein bisschen schminken und die Haare füllen und wir sehen uns bestimmt nachher wieder. Hallo und guten Abend. Abends um Viertel nach Acht in Deutschland. Ja, gerade waren wir einkaufen. Jetzt sind wir wieder zurück. Und jetzt mache ich ein bisschen Buchhaltung. Muss auch mal gemacht werden. Schon meinen Fuß. Und gleichzeitig habe ich auch die liebe Tiffi hier. Ja, das ist deine liebe Tiffi. Ja, jetzt auch ein bisschen Papiere üben. Ein bisschen Papiere weg sortieren. Jetzt schnuppert sie. In der Küche wird gewutschelt. Bis zum nächsten Mal.